ansonsten karte so sind wir wieder hier dann müssen wir wohin dahin gut das machen wir jetzt eigentlich die nächste mission oder ja ich versuche meine crew zu finden aber wie ich jetzt sehe ich bin wieder vollgepackt bis oben hin das ist nicht gut nicht gut nee nee elektroschockmodul ja ja du mich auch was haben wir denn hier ja du mit einem minus schaden danke für das gespräch will ich nicht so auch gott ich kann mich hier mit energiepacks zu werfen ich kann es auch wieder mit ausrüsten ist natürlich auch nicht schlecht gut hier auf und da ist niemand so dass immer wieder hier und müssen nach da also wieder zurück inventor wird gespeichert ist aber nicht so ich vertraue diesen ecken nicht mehr ja ja es ist immer wieder schön wie sich das hier auffällt alles aber haben wir wieder irgendwas zu sammeln können geht es wohl scheint wir eine dauerstelle zu sein zum sammeln müssen wir es rechtzeitig immer noch mal dorthin ja doch warum auch nicht wenn du dort immer was findest so ne kann ich nicht da ist die fackel so dann schauen wir mal wo es hier lang geht du mich auch so nachleiten komm her boah ich hasse diese spuckenden tücher bei erster wüsste da übelst langsam hier und weil es nicht nervt mich einfach nur es nervt warum sind die immer so gemein zu mir ich tue denen doch gar nichts also zumindest nicht wirklich da geht es nicht lang okay tja da lang können wir mal gucken vielleicht irgendwas ist oh ja da könnte was sein schauen wir mal eine kiste mit halbleiter was ne ne starse beschichtung na guck mal da haben wir doch mal was können wir ja gleich mal gucken was das sta- ne ich hör schon wieder was da ist nichts okay so okay so dann setzen wir den kleinen auch mal hier ab und damit haben wir alle zwei abgegeben boah hau ab hau ab hau ab hau ab geh weg 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 lass mich in ruhe da ist ja noch einer na wo bist du knapp, der nehm ist auch vorbei gut ich glaube da wirst du aber kein glück haben weil ich ziehe ja die dinger magisch an so wie es aussieht in dem spiel hier so und jetzt schön gemütlich wieder zurück also das heißt zurück, weiter halt dann müssen wir jetzt hin da lang geht es ah jetzt gehen wir wieder nochmal dort, die wir mal freund waren tja da wollen wir mal gucken wir mal jetzt durch die Schranke kommen und drinne so und schön, bestätigt, gut von einer Seite zur anderen Seite in die Kälte ist ja schön schön, das sieht man ja wieder eigentlich nichts tja, wenn man schon nicht sieht boah, alter, sag mal, pippt die ganze Blüte oder was okay also hier würde ich nicht arbeiten weil oh Gott die ganze Zeit nur Schneesturm nee, muss nicht sein ähm, okay ich hör schon wieder was zumindest macht die Musik nicht gerade einen optimistischen Eindruck da werden wir mal genau hören oder hört man auch irgendwas bläh, 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 bläh machen okay was war das? irgendwas höre ich irgendwas vor mir ah bleib weg okay weiter mal jetzt Sucherbott sucherbott wartet an der Bank okay kann auch gut und gerne weiter warten da wollen wir doch klar was ist das denn? oh halt was ist das denn? ich muss den in der Nähe hier wegnieten boah die mit ihren Tentageln hier tja brauchst du das hätte oder okay okay bing 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 anscheinend bin ich gleich wieder an der Stelle wo hätte ich einen wo hätte ich einen wo hätte ich einen eine gedönst gedönst ne so was haben wir hier tja warum wenn ich keinen Sucherbott mehr hab hab ich noch einen Sucherbott? nö ich hab keinen Sucherbott so dann ist es halt so ohne Bank bringt mir das alles nichts aber egal es gibt Schlimmeres so dann schauen wir mal hier hinten ne da ist auch nichts so okay alter ja wenn ich doch das ding jetzt nicht ein und wir jetzt mal um den weg geguckt das ist nichts wenn man nur guckt vielleicht ist aber irgendwas versteckt wieder nicht gut tja so wo geht es lang da lang geht es gut schön dass du noch an der bank wurdet alter meneh oder was weh komm 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 junge komm du schaffstest los 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 also ich muss sagen da hat ja eigentlich auch immer das gänzliche glück hier gebracht jetzt noch ein bisschen knapper scheiß teil oder so aber schrott teil mit drei t ja doch schrott und halten komisch ist einfach mal dieser sturm weg und das ding ja das teil liegt halt ne da unten irgendwo also ja was die bank will dass ich eintrete fortschritt wird gespeichert okay möchte zwar hier eine bank in der nähe oder wie wie soll ich mir das kisten komme ich ran sehr witzig wir sind wieder mal in einer dunklen höhle das heißt wieder gefüttenes fressen für irgendwelche nichts nützigen gegner jawohl erschlagen von von der kiste so stelle ich mir das ungefähr vor erschlagen von einer rationskiste ein epischer kill naja kommt dann erst rennt doch erst gar nicht hoch ich schieße dich doch in je wieder runter ich bank das eintreten wir immer ja so ich habe schon halte sie dann halte sie dann halte halte sie tat ich komme ich auf das wort der krieg das wort heraus na hallo ist halten ich nenne es einfach halte sie dann zu auf das scheiß wort nicht ich gehe kaputt hier er wisst ihr was ich meine halte so wo muss ich jetzt hin da hoch um diese ängste hässliche kurve machen ach gucke wer da oben ist das sind wir wieder solche kleinen fiecher so habe ich mal gerettet naja gut bei dem hält sich das irgendwie in der begeisterung in grenzen ich bin eurer leuchtwackelspur gefolgt ich bin eurer leuchtwackelspur gefolgt geht es euch allen gut ich habe kamer gesehen so da kommen wir nicht rein ich bin in der kommandozentrale ich komme so schnell ich kann so gucken wir mal hier rein ach ein motor wieder nö so das kennen wir ja mittlerweile und dann würde ich sagen dann tun wir erstmal unsere bots wieder einsammeln stase beschichtung oh mal gucken was das ist so oh meine metall geht immer höher 42 da muss ich sagen was haben wir denn hier im angebot munitionshilfe also munitionshilfe erhöht die clip größe für die spieler und partner eine neue erweiterung was haben wir hier explosionsverstärker zielfernrohr mit vollen so einem prototyp eines militärischen zielfragers aber für erweitertes zielen ok mhm 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 oder irgendwas mit stase gedänt stasehilfe was ist das stasehilfe oder was für das andere teil für hier was haben wir hier mk was flammen da so modifiziert projektile so dass die geringe feuerschaden verursacht ähm ok gucken wir mal was das bringt stase stasebeschichtung zieht projektile mit einer sehr dünnen staseschicht hm nö mkv flammen lasur schau mal was das bringt so und dann baupläne kann ich mir jetzt das ding andere ding bauen eigentlich hm ah ja da haben wir doch schwermedall doch noch ja will ich bauen hm sieht irgendwie auch genau so aus wie meins ja schau mal mal sammelt Okay, na gut. Dann nochmal zweimal zusammengebaut. Ist ja kein Problem. Würde ich sagen, dann doch mal die Waffe wieder nehmen und gegen die austauschen. Gott, was habe ich denn hier für Energiepacks? Das machen wir mal 1,2 Uhr zurück. Gut. Dann wollen wir auch mal... Achso, kann man einen Anzug... Ich glaube, einen Anzug rausrüsten kann ich jetzt auch nicht mehr, weil... Das ist auch nicht Upgrade. Das ist auch mal hier. Das ist alles voll. Dauer. Was? Wölfrahmen alle. Hm, schön. Ach. Altmetall haben wir ja sowas von viel. So, dann wollen wir mal alles ausrüsten. Was geht, ist ja wurscht. Ob es frau oder nicht, ist ja schon egal. Es geht ja um die 100%ig Fertestellung des Anzugs. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch das hier. Das heißt, ich brauche IN-Wandler und Wölfrahmen. Tja, kriege ich's dann. Ne, da meine Lieblingswaffe wieder nehmen. Zumindest früher oder später. Da lang muss ich jetzt, ja. Und los jetzt hier. Nicht. Okay. Nicht. Gut, dann rüsten wir halt die Waffe aus. Dann hält mir diesen Fahrstuhl nach oben. Na, ich kann mich nicht bewegen. Das heißt, nichts Gutes. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Alter. Nicht das Vieh. Bede, 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 hau ab, hau ab. Mach das, was du die ganze Zeit gemacht hast. Lass mich einfach in Ruhe. Und jetzt? Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. So. Das muss ich... Einfach mal... ...hinde drauf lassen. Na, komm her. Ich weiß gar nicht, was ich hier schießt. Boah. Lass mich doch in Ruhe. Hau ab. Boah. Boah, älter, geh mir nicht auf den Sack. Oh, 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 oh. So, Feuer, Feuer. Oh, 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 oh. Man, 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 man. Was einfach blip? Oh. Oh. Nerv mich nicht. Oh. Oh, my God, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. So. Komm, du, Baba. Komm, her. Noch mehr? Hallo. Was ist denn? Scheiß-Fie. Das haut es auch noch ab, oder was? Warum schieße ich dann die ganze Zeit mit den stahlsten Dinger drauf? Okay. Schauen wir mal, was man an... Ah, sieht noch gut aus an sich. Jetzt, äh... Okay. Was für ein Zufall, dass das Vieh natürlich uns gleich mal den Weg heruntergeladscht hat. Anni, hier wackelt und bebt alles. Ein rein, das fest. Okay. Tja, dann machen wir halt mal den Weg herunter. Ist ja egal. Jetzt musst du schön alle Wege führen auch rum. Und dann mal wieder so ein Hilfsk... Ein Hilfsk... Dann los jetzt hier. Hm? Und dann ist es nicht gerade... Ach, nee, das war wieder dieses... Stasi-Gelumpe. So, was tun wir jetzt, äh? Bitte warten. Es schwörter alles dunkel hier. Waffen. Waffen. Munition und Waffen. Und ich komm nicht ran. Toll. Ich sag mal hier, das sieht aus wie... Schlafkuhien. Und das sieht aus wie kaputt. Okay. Mhm, mhm. Wir müssen also da lang. Da steht wieder was. Sondern schauen wir mal hoch, was da oben ist. Wir wollten lang müssen, kommen wir mal oben lang gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes, Verstecktes. Impulsgewehr. Okay. Das nächste gewesen. Ein Textlog gefunden. Okay. Persönliche Blablabla. Tag und Nacht ist immer dieselbe. Sie kommen schlürfend aus dem Sturm und wollen rein. Es ist nicht einfach, Befehle zu befolgen. Man sieht immerzu bekannte Gesichter. Manchmal sehen sie einen... ...einen... ...stellen einen Blickkontakt her. Ja, und dann ist da ein Funken von Wiedererkennen in ihren Augen. Als ob sie sich erinnern, wie es war, auf der anderen Seite zu sein. Als in der Wärme und als in der Sicherheit zu sein. Und bändig zu sein. Okay, das stelle ich mir gerade doppelt abartig vor. Ein Artifakt. Und ein voll gekotzt das Scheiß aus. Na, lecker. Boing. Weg mit dem Stuhl. Brauchen die Kinder. Stehe ich jetzt auf den Stuhl? Ne. Oh, 124 Schuss dazu. Das ist cool. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier hochfahren können, ohne dass was passiert. Hoch zu fahren? Wo fahren wir hin? Wir fahren nach hinten. Ganz tolles Kino. Na. Ach, nö. Ich mag nicht hier raus. Ich mag nicht hier raus. Nein. Ich mag nicht hier raus.